Heute geht es um die Alien-Artefakte von Woche 3. Wir machen direkt einen schnellen Durchgang und danach zeige ich euch die Alien-Artefakte nochmal im Wiederholungsmodus, damit das wirklich sehr, sehr, sehr schnell ist und kurz vor allem. Das erste Alien-Artefakt ist in Holy Hedge, genau hier. Das zweite Alien-Artefakt ist in Lazy Lake und zwar hier in diesem kleinen Gebäude oder in dieser kleinen Hütte. Das dritte Alien-Artefakt ist in Dirty Docks und zwar hier unter der Treppe. Und das letzte oder das vierte Alien-Artefakt ist genau hier in Steamy's Decks und jetzt springen wir zum Wiederholungsmodus. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.